cute baby milay der kanal für kinder hallo willkommen in unserer weihnachtsbäckerei wir machen heute butterplätzchen jihan milay und ich und ihr dürft natürlich zuschauen ich habe hier schon mal die butterplätzchen hergerichtet milay knetet schon kräftig und wir legen gleich mal los ich hoffe es macht euch spaß uns zuzuschauen jetzt geht es ans ausstechen ich schaue einfach zu die 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 Untertitelung. BR 2018 Fertig sind sie aus dem Backofen. Die müssen jetzt ein bisschen abkühlen. Dann tun wir sie ein bisschen dekorieren. Wir haben unseren Fantasien ein bisschen freien Lauf gelassen. Gianna hat gut Babymoney gemacht. Und ich ein Schöpfchen. So ihr Lieben, unsere Plätzchen sind fertig. Wir haben einige Mal dekoriert. Die Millet und so weiter. So sehen sie aus. Und die haben wir einfach so gelassen. Lassen sie so knabbern. Die haben sie einfach und dekoriert. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unsere Plätzchen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.